Ihr Männer Gottes, dies geht an euch, die in den Herrn Jesus Christus gefestigt seid. Nicht an die Männer dieser Welt und auch nicht, was in dieser Welt ist, denn sie würden diese Worte nicht verstehen. Ihr heiligen Brüder, in den vergangenen Tagen sehen wir, wie die Menschen dieser Weltzeit immer mehr in Panik geraten. Die Finsternis ist angebrochen, die Mächte und der Fürst dieser Welt gehen um mehr wie ein brüllender Löwe und suchen zu verschlingen, was sie können. Ihr treuen Knechte des Herrn, die den Herrn lieben und dienen, haltet weiterhin das Lenkrad auf offener See, denn Land ist nach dem Sturm zu sehen. Ihr Brüder, eure Zelte, die auf deutschem Boden stehen, wo ihr weder an Hunger noch an Verfolgung leidet, wo ihr unter einem freien Himmel lebt unter der Gnade des Herrn. Euch ermahne ich im Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr die Segel und das Lenkrad losgelassen habt, das eigentliche Endziel nicht mehr vor Augen habt, dass ihr vergessen habt, wer unsere Urväter waren. Ihr vergessen habt, wer euer Gott ist. Ihr vergessen habt in ganzer Schlemmerei und Wohlstand, was unser Herr und Heiland dort auf Golgatha uns für uns erlitten hat. Ihr habt vergessen, wer er ist. Somit habt ihr auch vergessen, wer ihr seid. Ihr seid Männer Gottes. Ihr seid Vorbilder und Väter. Ihr seid Häupter. Seid ihr das denn wirklich? Wenn ihr das alles seid? Ihr nicht mehr für euch lebt. Warum seid ihr der Welt gleich? Warum sind unsere Ehemänner der Welt gleich? Ihr spricht von der Unterordnung eurer Frauen und doch seid ihr keine Vorbilder. Ihr verlangt von euren Kindern Ordnung und Gehorsamkeit. Aber lebt ihr ein anderes vor? Wir kommen zusammen als Brüder und unsere Gespräche sind der irdischen Menschen gleich. Lästereien und Nachreden. Sport und sinnlose vergängliche und irdische Diskussionen. Wir halten ziemlich viel von uns. Weil uns Erbarmung widerfahren ist? Berufen als Licht und Salz der Welt. Da das Schiff jetzt in einem Sturm geraten ist, wollen wir uns alle in Sicherheit bringen, anstatt wie Männer Gottes die anderen zu retten? Christus ist mein Leben. Sterben mein Gewinn. So habt ihr es immer wieder laut posaunt. Unsere Worte sind dem Wind gleich. Ihr Brüder, haben wir nicht bei uns selbst bezeugt? So wahr der Herr lebt, will ich ihm dienen? Vorbilder. Echte treue Männer Gottes. Das himmlische Jerusalem vor Augen verloren. Die Verkündigung der Heilsbotschaft eingetauscht gegen sinnlose Debatten. Spott und Hohn gegen Muslime und Juden. Seht euch an, ihr Männer Gottes, euren Zorn gegen Atheisten. Sollte euer Herz nicht prima weinen um diese verlorenen Seelenwillen? Wenn die Liebe das Größte ist, warum lieben wir nicht? Wenn Christus unser Vorbild ist, warum leben wir nicht so? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Die Heilige Schrift in allen Weltsprachen aus Liebe und Gnade uns gegeben. Stattdessen füllen wir uns täglich mit negativen Schlagzeilen dieser Weltzeit. Impfung, Regierung und Corona haben unsere Statusmeldungen übernommen. Ihr Brüder, der Herr vermisst ein einfaches Johannes 3,16. Wofür lebt ihr? Weshalb seid ihr hier? Wie viel Zeit habt ihr noch? Was ist euer Auftrag? Seid ihr doch vielleicht der Welt gleich geworden? Seit Jahren blickt ihr doch in den Himmel und ruft Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm. Und doch habt ihr vergessen, wo eure Uefäter waren. Wie die Männer Gottes gestorben sind. Lest euch mal die Geschichten um 70 nach Christus. Sie haben nur aus einem einzigen Grund aufgehört, unsere Geschwister zu verbrennen, weil ganz Rom nach verbranntem Fleisch gestunken hat. Und heute, 1950 Jahre später, murren wir hier auf höchstem Niveau. Starben nicht elf von zwölf Apostel einen barbarischen Märtyrer-Tod? Hat da jemand sich gewehrt? Gegen Brüder auf die Straße, um zu rebellieren? Was ist mit Ignatius, Polica, Cyprian? Freut euch doch. Der Herr kommt doch näher. In dem Wort Endzeit sollte jeder, der die Heilige Schrift liest, verstehen, dass da nichts Schönes auf uns zukommt. Vielmehr sollten wir begreifen, warum wir hier sind. Unser Licht leuchtet nicht mehr und das Salz ist fad geworden. Wir sollten uns eigentlich schämen. Eigentlich ruft uns der Herr genau jetzt auf, um nicht von Corona zu sprechen und Impfung, sondern der Herr lässt das gerade zu, weil Sie alle mühselig und beladen sind und nicht mehr weiter wissen. damit wir Ihnen von der rettenden Botschaft verkünden. In Römer 8,18 Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden sollen. Ihr wunderbaren Brüder, ihr Knechte des Herrn Jesus Christus, wenn wir uns in vielen Dingen jetzt ertappt haben, dann mögen wir umkehren. Wenn einige Schwestern das jetzt vielleicht mitgehört haben, so lasst euch sagen, zeigt nicht mit den Fingern auf eure Männern. Seid treue Gehilfen und ermutigt eure Männern, zu Farbern des Lichts zurückzukommen. Der Widersacher weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Lasst uns in Eintracht zusammenstehen und füreinander beten, denn das Ende ist nah. Maranatha 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 Untertitelung des ZDF, 2020